Ich weiß nicht, ob ihr auch noch Fernsehen, Radio und Bild-Zeitung lest, oder? Na, kennt ihr nicht? Keine eigene Meinung, Staatsmeinung, abhängig von Not und Gehalt? Ihr seid lächerlich, Leute! Ob das schießen wollen sie noch, wa? Das hättet ihr noch drauf? Ob den Kretschmann, der eine Justizministerin hat, die euch blöden sind, überlegt euch mal, was ihr tut! Seid ihr bescheuert, oder habt ihr einen Gott nur zum Haare schneiden? Mein Gott, kann doch mal nicht wahr sein! Aber eigentlich sage ich euch, wenn wir untergehen, schieben wir euch alle weg! Das ist der Beste! Schreibt euch das auf! Ja, dann guckst ihr, dann guckst ihr euch blöde an! Mein Gott, das ist euer chemisches Lächeln, ihr warst aus Masken! Und das war die Maske, ihr habt! Zeigt euer Gesicht! Ihr seid Zeige! Ihr seid schade, ihr seid hier! Ihr verraten eure ganzen Familien, alle! Abenteuer! Specialist! Die Schamtefeier! Widerstand! 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 Widerstand!